Heute ist der letzte Tag im Lager. Jetzt sind wir schon ein wenig weiter weg vom Lager. Aber nicht nur die Nähe. Heute haben wir ein aufräumenes Lagerhaus. Pötzeln, Dusche reinpflanzen, Zimmer aufräumen. Als wir fertig waren, konnten wir ein Spiel machen. Gestern Abend war der bunte Abend. Dann haben verschiedene Gruppen Dinge vorgezeigt. Es gab zum Beispiel Herzblatt, ich oder du. Und es gab auch noch schön Tanz. Gestern Abend haben wir ein Glibsing gemacht. Und dann kommt die Gruppe. Und die Witzgruppe hat uns auch lustige Witze erzählt. Und dann haben wir noch gestern Abend gemacht. Und wir haben noch feine Dezerte bekommen von der Küche. Dann haben wir also Bananen-Öpfelsack selber gemacht. Mit so ein Stückchen einfach, wenn du Wasser reingeladen kannst. Und dann war es länger wach gewesen. Und es war eigentlich ein schöner Tag. Und es ist irgendwie sehr sehr. Können wir das nächstes Jahr wieder? Ja. Gut. Wir haben am Anfang, also in der Nacht, in der Party, haben wir Servila und Gurken und so weiter. Ähm, zum Tesser hatten wir ein Schokitiramisu. Das war mega fein gewesen. Ähm, bunte Abend ist die Party abgegangen. Wir haben, ähm, ich oder du gespielt. Ja, äh, äh. Wir hatten noch Mitgruppe. Ähm, es hat noch Liebssinn gegeben. Und noch Tanzgruppe. Ja. Und es war richtig lustig. Und wir hatten das beste Lied. Ähm, heute Morgen sind wir umgeweckt worden. Und dann sind wir zuerst mal am Morgen gegessen. Und nachher sind wir noch packen. Und dann sind wir in die Gruppe aufgeteilt worden. Und jede Gruppe musste etwas anderes putzen. Was hast du putzen? Terrasse! Ja, und jetzt sind wir gerade am Abendlaufen. Wir machen jetzt Pause. Wir sind schon am Abendlaufen. Und nachher holt er uns den Bus ab. Ja. Kommen wir dann nächstes Jahr wieder? Ja! Sehr gut. Eigentlich kommen wir vor, gleich nachzuhören. Und machen nachher, so wir riepen. Ja, es hat nicht ganz funktioniert. Es hat nicht ganz funktioniert. Wir sind auch ein bisschen laut gewesen. Und, äh, wir sind auch ein bisschen, weil, ähm, nach jeder 10 Sekunden schreckt. Aber Proviante hätte man geworfen. Proviante hätte wirklich geworfen. Okay, Tschüss! 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 Döööööööööw Döööööööw